Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 13. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1149. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Facebook, Spotify, Apple, Fossil, Microsoft und WhyThings oder Withings, wie man es dann auch immer nennt. Wir starten mit Facebook. Genauer genommen geht es um die Muttergesellschaft Meta. Die wirbt anscheinend reihenweise Mitarbeiter von der HoloLens ab, also von Microsoft. Die Microsoft-Brille ist ja nicht mehr ganz so stark in den Medien, wie es andere potenzielle irgendwann mal kommenden Brillen aktuell sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, da im letzten Jahr Microsoft ein 22-Millionen-Milliarden-Deal mit dem amerikanischen Militär abgeschlossen hat, wo es eben um HoloLensens ging. Das 1.500 Mann- und Frau-starke Team hat sich um 100 dezimiert. Und rund 40 davon sollen eine neue Stelle bei Meta gefunden haben und sich da weiterentwickeln und einsetzen und so weiter. Ja, Entwickler in dem Bereich VR und so weiter sind gefragt und Facebook hält ja den Haken, genau, den Daumen ganz hoch für das Metaverse, wo ja ganz viele Firmen aktuell ganz fleissig am rumschwurbeln sind. Und genau, Spotify, oh du böses Spotify, so klingt es wahrscheinlich von meinen oder anderen Mitarbeitern, denn es wurde der Rotstift angesetzt. Gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern in der letzten Episode habe ich verlauten lassen, dass Spotify die Preisen bald wieder anziehen wird, weil nötig. Ja, kann man machen, sollte nicht sein. Dann habe ich auch verlauten lassen, dass bald mehr Werbung kommt und solche Geschichten. Jetzt hat Facebook, äh Facebook, genau, Spotify bekannt gegeben, dass sie das erste hauseigene Podcaststudio, das Original-Podcaststudio, das Studio 4, schliessen werden. Und das kam ziemlich überrumpelnd, auch für die einzelnen Mitarbeiter. Da in internen Medien, internen Memos wurde dann bekannt, dass das schon länger da nicht ganz so rosig läuft für die Mitarbeiter. Die wurden nur noch mit kleinen Projekten und einfachen Projekten abgespiesen. Das meiste ging an die neu zugekauften Studios, welche sich Spotify zugelegt hat. Natürlich unschön, sowas zu sehen, aber ja, irgendwo muss man wahrscheinlich dann den Rotstift mal anziehen. Den Rundstift nicht rausnehmen müsst ihr bei Apple, denn da gab es ja im letzten Herbst zwei neue MacBook Pro, 14 und 16 Zoll und das Apple-Poliertuch, welches dann auch ganz, ganz, ganz schnell ausverkauft wurde und ich somit dann auch nicht mehr meinen beiden Mit-Podcastern als Weihnachtsgeschenk präsentieren konnte. Das Teil ist jetzt ab sofort wieder lieferbar. Wer also gern hätte, in Euronen liegt der Preis bei 25. Ich glaube, bei Schweizer Franken war es um die 19 herum. Unschöne Neuigkeiten und ich muss anders anfangen. Die Fossil in der Generation 6, also die aktuellste Android-Ware-OS-basierte Smartwatch aus dem Hause Fossil, die bekommt ein Update. Aber nein, natürlich nicht das Wear-OS 3.0-Update, was man eigentlich schon seit Herbst hätte gehabt haben wollen, weil es ja da wäre, aber erst im Februar oder März diesen Jahres kommt. Nein, es kommt ein kleines Update mit dem Patch-Level vom letzten Jahr, Dezember 2021. Das ist natürlich lobhaft, dass da ein Sicherheits-Update eingespielt wird. Aber was ein bisschen unschön ist, da ging einfach ein Watchface und oder mehrere verloren. Das Next-Gen Digital. Also, wenn ihr das nicht mehr findet, dann liegt es nicht an euch und ihr seid nicht blind. Und Fossil hat einfach missgebaut, kann man hier so sagen. Microsoft Word. Auf dem iPad hat ein neues Design bekommen. Was heisst das für euch? Wer es nutzt, wird bald mehr den Content im Gesicht haben, also den Text und weniger andere Geschichten. Das Ganze soll besser dargestellt werden und eben ein einfacheres Arbeiten für euch zulassen. Zu guter Letzt gibt es noch ein Übername. News Withings übernimmt im Petto Medical. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, wusste ich auch nicht. Da geht es um eine Firma, die vor allem in der peripheren Neuropathien tätig ist. Wer damit nichts anfangen kann, wie ich, der googelt das oder weiss einfach, dass es darum um eine Technologie geht, wahrscheinlich vor allem um die Sudoscan-Technologie. Das ist eine Technologie, die prüft, ob Nervenfasern, also generell Nerven, eine Schädigung oder Funktionsstörung aufweisen. Das ist besonders wichtig für gewisse Geschichten. Dinge, wie man eben Schweissdrüssen messen kann, Koloridion etc., solche Geschichten lassen sich damit erfassen und halt ein bisschen mehr Daten über seinen Körper sammeln, was dann in den Silos landet und man auch irgendwie dann verwenden kann für etwas. Bin mal gespannt, wo das dann als nächstes aufschlagen wird. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Ich gehe jetzt ins Bett und wünsche euch einen guten Start in den Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.